Schatz, auch was? Mhm. Ist alles okay? Nee, alles okay. Sicher? Nee, ist sicher nichts. Okay, wenn du das schon so sagst, dann stimmt irgendwas nicht. Was ist los? Na gut, irgendwann muss es ja raus. Ich weiß zwar wirklich nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, aber die Kinder sind auch nicht mehr klein und du musst es endlich wissen. Ich kann unsere Ehe nicht fortführen. Was? Ich verstehe sowieso nicht, dass du es alle Jahre noch nicht mitbekommen hast. Was genau? Ich... Ich habe einfach gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Und ich habe auch seit einer Weile eine Freundin. Was bitte? Und das erzählst du mal einfach so beim Frühstück vor den Kindern? Ach Papa, also, das sind ja keine Kinder mehr. Außerdem... Ach jetzt, wo wir eh drüber reden, ich stehe auch auf Frauen. Ja, gibt es hier keinen im Haus, der noch auf Männer steht? Doch. Jojo Jokers. Jojo Jokers. Jojo Jokers. Jojo Jokers. Jojo Jokers. Jojo Jokers.